Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Ich hoffe, ihr habt Adesanya vs. Buachowicz ganz gut verdaut. Ihr seid gut übers Wochenende gekommen, denn jetzt gibt es nämlich die Preview für die nächste UFC Fight Night. Am Wochenende sehen wir Leon Edwards vs. Belay Muhammad. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder ein Follow bei Spotify oder natürlich auch einen Daumen nach oben auf YouTube. Aber kommen wir mal zu dieser Fight Card. Das Ganze beginnt Samstag auf Sonntag ab 2 Uhr. Ihr könnt euch merken, Fight Nights ab 2 Uhr, Pay-Per-View ist immer ab 4 Uhr. Adesanya vs. Buachowicz war ja auch ab 4 Uhr, also die Main Card jetzt 2 Uhr. Ihr versteht schon, was ich meine. Prinzipiell eine relativ, relativ ruhige Main Card, nenne ich das mal. Viele Kämpfe drauf aktuell, aber nicht die größten Kracher. Co-Main-Event ist Mischa Sirkunov vs. Ryan Spann. Dann haben wir Ben Rothwell auf der Fight Card. Wir haben Philippe Linz, wir haben Dan Ige, Angela Hill und ein paar Kämpfer, die ich nicht unbedingt kenne. Matthäus Nikolaou zum Beispiel sagt mir persönlich nichts. Courtney Casey gegen JJ Aldridge. Das heißt, nicht die bekanntesten Kämpfer, aber wir haben in drei Wochen schon Stipe vs. Nganu und Volkanovski vs. Ortega. Ich kann schon verstehen, dass die UFC da die größten Kracher, vor allem im März, nicht nur bei 2,59 behält, sondern auch bei UFC 2,60. Aber das Main Event ist wirklich eine spannende, spannende Angelegenheit. Leon Edwards ist die Nummer 3 im UFC Wilderweight und bekommt nun endlich seinen Kampf nach dieser ganzen Odyssee, will man das schon nennen. Nachdem er aus den Rankings rausgeworfen ist. Die UFC hat ihm quasi einen Kampf gegen Hamza Chimaaf aufgezwungen. Er wollte nicht. Er hat gesagt, ich will einen Titelkampf. Die UFC hat gesagt, okay, du willst einen Titelkampf, dann wollen wir dich nicht in den Rankings. Hat ihn kurzerhand rausgeworfen. Dann hat er den Kampf gegen Hamza angenommen. Dann war er auch wieder in den Rankings. Und nun ist der Kampf gegen Hamza endgültig abgesagt. Denn Bilal Muhammad springt ein auf eine sehr spannende Short Notice. Sehr, sehr kurze Short Notice auch. Wie ist Leon Edwards aber überhaupt zu dieser Platzierung gekommen? Gegen wen hat er denn zuletzt gewonnen? Seine letzte Niederlage war 2015. Damals gegen Kamaru Usman. Da hat er eine Decision verloren. Was auch sonst. Und ansonsten hat er zuletzt gegen Havel dos Anjos gewonnen. Gunnar Nelson, Donald Sironi, Peter Sobotta. Und war relativ aktiv. Letztes Jahr hat er gar nicht gekämpft. Er hätte eigentlich im März einen Kampf gegen Tyron Woodley haben sollen. Der wurde aber abgesagt. Weil gerade im März hat das alles ja angefangen. Letztes Jahr. Ne, zwecks Beschränkungen und dies und das. Und dann eben später, im Dezember, eigentlich gegen Shimaev, wurde er abgesagt. Dann wurde der Kampf nochmal angesetzt, wurde er abgesagt. Dann wurde er nochmal angesetzt, wurde er abgesagt. Und jetzt trifft er auf Bilal Muhammad. Der konnte letzten Monat erst überzeugen. Der hat sehr, sehr schön gegen Diego Lima performt. Hat 2020 auch einmal gekämpft. Damals gegen Lyman Good. Takashi Sato hat er besiegt. Er hat gegen Jovnil verloren. Aber allgemein muss man sagen, ist er ein relativ guter Gegner. Löst hier natürlich auch sein Ticket, sein mögliches Ticket in die Top 5 ein. Also, Muhammad ist aktuell auf Platz 13 im UFC Welterweight in den Rankings. Und klar, 13 gegen 3. Unterschätzt mir Leon Edwards nicht. Aber überschätzt ihn mir bitte auch nicht. Ich weiß nicht so recht, wie ich Leon Edwards einschätzen soll. Er hat schon relativ lang nicht mehr gekämpft. Wir wissen, er war auch an dem Virus erkrankt. Das heißt, wir wissen nicht, wie stark dieses Virus ihn beeinflusst. Denn Leon Edwards muss seinen Kampf absagen, weil er doch einen relativ harten Verlauf genommen hat. Er hat innerhalb von wenigen Tagen 12 Pfund verloren. Er konnte nicht trainieren. Es ging ihm dreckig. Wie wirkt sich das auf den Kampf aus? Leon Edwards, wir wissen, okay, er ist jetzt wieder fit. Aber was ist mit seiner Ausdauer? Ist die immer noch so stark wie vor der Erkrankung? Und Leon Edwards ist der erste Kämpfer, der nach einer eher schwerwiegenden Erkrankung wieder kämpft. Und natürlich ist das ein großes Fragezeichen, worauf wir die Antwort erst in diesem Kampf sehen werden. Bilal Muhammad ist gern gesund. Der Typ hat aktuell 4 Siege in Folge. Wird ein richtig guter Fight. Dafür lohnt sich das Wachbleiben. Ansonsten ist die Maincard doch eher nicht so spektakulär besetzt. Da bin ich ehrlich. Ich wünsche euch am Wochenende viel Spaß. Ich denke, Leon Edwards gewinnt das durch eine Decision. Und was ist mit euch? Schreibt es mir unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir hören uns beim nächsten Mal. Folgt natürlich WeLoveMMA bei Instagram. Haut rein, Leute. Ciao. Das war grid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020